Hallo liebe Freunde, liebe Community, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie versprochen, weil ihr es euch auch gewünscht habt, ergehen wir noch auf das Video von Mariam. Wer falsch liegt, wird geschlagen. Feuer smiley, Feuer, nicht Feuer smiley, Teufel smiley, achso. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, was jetzt irgendwie für ein Spiel kommt. Wir haben ja das Video von Jonas gesehen, das war ja ein Sketch, wo wir auch noch, denke ich, so vielleicht irgendwann einen zweiten Teil noch erwarten können. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, was du damit noch so anstellst. Wirst du dann gleich sehen. Nein! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit einem ganz besonderen Gast, dem Besten, was ich wünschen kann. Ich werde belästigen. Und zwar mit Jonas heute an meiner Seite und ich freue mich sehr, wir werden heute ein sehr innovatives Video drehen. Ich wollte genau gerade sagen, innovativ, an einem Challenge, die es noch nie zuvor gegeben hat. Noch nie auf dieser... Ey, weißt du was, ich wollte eigentlich noch, wenn man falsch liegt, dass man auf die Hände bekommt. Das war das Innovative, ey. Das ist eigentlich echt geil. Hast du so eine Pei... Das war echt geil, ne? Du wolltest das Video gerade nennen, ich werde von einem YouTube belästigen. Ich werde belästigen. Ich werde belästigen. Ich werde belästigen. Entschuldigung, ich habe wirklich so ein Ding, was eigentlich dafür gedacht ist, andere Sachen auszupeitschen. Okay, dann hör mal. Ich teste es bei meinem Gesicht oder es ist da, wo... Ja, oder wo die Sexspielzeuge sind, wolltest du sagen. Nein, das soll ich dich sagen. Das ist ja genau das. Nein! Das ist genau das, was man dafür braucht. Wir machen einmal einen Test, denkst du, okay? Ja, wieso ich? Hä, nein. Ich will es auch nicht machen. Das ist noch nicht so low. Oh, geil. Oh, geil. Okay. Einmal oder einmal? Einmal. Sing, schang, schang. Sing, schang, schang. Also du wirst geschlagen werden. Okay. Geht's schon los? Nein. Geht's schon los? Test! Hä, was? Test, aber ich wollte testen. Ob du was hörst. Achso, ja. Aber es ging noch nicht los? Okay, dann mach den Countdown. Okay. 30 Sekunden, okay. Eins, zwei, drei. Ach, die Whisper Challenge. Was? Kon-Fetti. Hey, du sagst extra Scheiße. Was? Kon-Fetti. Lo- Kon-Fetti. Hä? Lo- Lo- Kon- 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 Sag es mal nochmal. Kon-Fetti. Losfliegen. Kon-Fetti. Los-Finken. Kon-Fetti. Drei Silben. Ja. Los- Fett. Losfliegen. Äh, losfliegen. Also das, das erkennt er. Kon-Fetti. 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 Scheiße, Alter, okay, war gar keine Chance. Gar keine Chance. Okay, Salami. Schlappe. Salami. 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Jubil. Bangladesh! Hä-ha-ha-ha. Bananen. Bah- bah.. Bananen. Ba- Bananen. Banan…. Bundage. Ba- Na- NEN. Banane. Bananen. Bananenbrot. aja. Bananenbesteck. REALISIBLE Aua! Das hat sich aber nicht so laut angefert. Ey, eine halbe Minute ist zu wenig, oder? Was war das denn, was? Bananenmilk-Shake. Bananenmilk-Shake? Ja. Oh, stimmt. Ja, halbe Ding ist zu wenig. Ich sag Salami. Salami? Okay, ich finde auch Konfetti war schwerer als Salami. Oha, Entschuldigung. Nein, kein Problem. Kriegst du gleich zurück. Das hat's natürlich jetzt nicht gehört, aber trotzdem. Kaulquatte. Kaulquatte? Was? Kaulquatte? Hä? Wirklich jetzt? Wieso kriegt ihr das direkt? Wirklich? War das so? Ja, das war direkt. Vor allem, ihr kennt das K und das Q. Kaulquappe. Oh, ich muss auch mal diese Whisper Challenge mit irgendjemandem ausprobieren. Ich muss das auch mal testen. Weil ich frag mich, wie einfach oder schwer das ist. Direkt das erste. Ich dachte so, ich laber scheiße. Also du hörst es ja nicht, ne? Ich schwöre, ich hör das. Du siehst es einfach im Mund. Okay, darf ich kurz eine kleine Information droppen, die ganz wichtig ist. Mariam hat mir die Wörter gegeben, die ich vorsagen soll. Ey, ich hab die per E-Mail bekommen, die Wörter, okay? Vielleicht ändere ich die Sachen jetzt ein bisschen um. Okay, dann mach mal. Lieferungsschwierigkeiten. 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 Ich bin ganz schlecht darin. Mach mal ganz langsam, bitte. Lieferungs... Le... 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 Wo's? Lieferungs... Le... Lie... Ich glaube, ich kann nicht Lippen lesen. Ich glaube, ich kann das einfach nicht. Lippen lesen. Lie... Lieferung... Lie... 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 Lieferungsschwierigkeiten. Lippen lesen. Ah! Lieferungsschwierigkeiten. Pack mein Live-Ding. Er ist nicht bloß so. Ich muss mal ganz ehrlich was sagen. Entweder hast du ne unklare Aussprache, oder ich bin einfach schlecht darin, Lippen zu lesen. Was wäre, wenn ich taub wäre, Alter? Ich würde niemand mehr verstehen können. Das war die Vorstellung. Ich darf niemals taub werden. Das wird mir gerade auch klar. Vielleicht mal das Kaugummi aus dem Mund nehmen, vielleicht stört dich das. Ja, vielleicht wäre das mal ne gute Idee gewesen. Allein dafür dürfte ich... Ja. Er sucht so Gründe, damit er gewinnt. Buntes Bonbon-Papier. Roboter? Buntes Bonbon-Papier. Bubble Tea. Buntes Bonbon-Papier. Was jetzt? Spihatzi. Buntes Bonbon-Papier. Mund? Buntes Bonbon-Papier. Spül... Bubble. Mundspül-Bubble. Buntes... Bonbon-Papier. Mundspül-Bubble Tea. Buntes... Bonbon-Papier. Mundspül-Bubble... Mund... Mundspüler... So... Buntes Bonbon-Papier. Buntes Bonbon-Papier. Balea... Mein Element ist Feuer. Balenciaga. Balenciaga. Mein... Mein... Element... Mein Lieblings... Element... Element ist Feuer. Element könnte man schlecht raushören. Mein Element ist Feuer. Etwas fast gehabt. Oh mein Gott. Mein Mann ist vor einem halben Punkt. Was für halben Punkt? Ich hab den Schlag doch bekommen. Ach so, ja Pech. Aber mach erstmal du das jetzt. Er ist schon bereit. Schlapp mich. Hundekot. Hundekot. Und das hast du dir ausgedacht. Sie schummelt, ne? Ich hör ja keine Musik aus ihrem Kopf hören. Ich hör ja... Alter... Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Wir machen das einfach ganz schnell. Ich würde dich jetzt auseinander nehmen. Manfred. Mein Faschiss. Mein... Mercedes. Bank. Bald. Bad. Band. Bats. Bart. Oh ist das köstlich. Barfaschiss. B... B... Batschiss? 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 Batschississ? Batschississ? Wenn ich das nächste Mal ein paar Kuppelsrefe sage, ich hatte richtig heiße Nachhinein, Sie hat mich ausgepeischt. Mal gucken, ich glaube, dieses Wort kennt sie gar nicht. Oh nein, das ist ja unfair. Das war ein Joke. Ulf. Plantage. Massage. Plantage. Matratze. Plantage. Plantage. Ich wüsste... Ihr habt das jetzt schon vorhin einmal gesehen, deswegen war klar, dass wir irgendwann es nochmal dahin wirft. Bei Plantage. Aber wie schwer oder einfach ist das, das frage ich mich echt. Habt ihr schon mal die Whisper Challenge mit irgendjemandem gemacht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und ob ihr auch gut darin seid, denn die Sachen rauszuhören. Ich muss das unbedingt austesten. Salz streuen. Du hast Leiden gemacht, du Lütner. Was? Du hast Leiden gemacht. Die Musik läuft. Hä? Die ist schon eine Lautstärke. Okay, okay. Essen ist da. Salz streuer. Salz streuer. Esstuhl. Salz streuer. Esstuhl. Seh. 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 Salz. Salz. Streuer. Streuer. Salz streuer. Salz streuer. Salz streuer. Er ist richtig. Ich hab nicht gehauen. Ich hab gar nicht mehr gesehen. Ich hab wirklich gesehen. Ich hab's geschafft. Salz streuer. Salz streuer. Salz streuer. Ich dachte, das ist Salz streuer. Das ist so. Hä? Salz streuer? Wenn ich's jetzt einfach noch kriege, dass ich dich einfach noch schlagen darf. Ich glaub, das ist gut. Okay. Eins. Zwei. Guck mal. Warum machst du das schon bereit? Geheimgang. 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 Lava. Geheimgang. Lava. Geheimgang. Karma. Geheimgang. Karma. Geheimgang. Geheimgang. Lama. Geheimgang. Lampe. Lampe. Lampen. Geheimgang. Lampe. Geheimgang. Kabla. Geheimgang. Ihr hört sich da Glamer aus. Weißt du, was es war? Was? Geheimgum. Hä, nein! Nein! Geheimgum. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Geheimgum. Du hast Lama gesagt. Nein, selbst hab ich Lama gesagt. Nee. Okay, also ich würde sagen, du hast einen ganz klaren Gewinner hier. Nö, ich. Null. Ja, okay, vielleicht. Das ist echt ein gutes Werkzeug für solche Challenges. Ey, das war voll witzig gerade. Wie findest du süß, wenn du verlierst gegen mich? Das ist ne süßes. Okay, okay. Wir beenden das Video jetzt hier an dieser Stelle. Ähm, ich bin gespannt, was da damit noch so anstellt. Das wirst du dann gleich sehen. Nein! Ohohohoho. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben bei mir auch noch was gedreht. Das wollten wir dann auch noch loswerden. Schaut rüber, er braucht... Schaut vorbei. Er braucht... Okay, Leute, das war's. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, geil. Äh... Wann spielt Mario Minecraft? Interessant. Okay. Witziges Video. Cooles Video. Ich liebe so Challenges und Whisper-Challenges. Also... Ich habe schon ein paar Mal so gesehen. Aber jetzt so frage ich mich nochmal so für mich, wie einfach oder schwer das ist. Hm. Wie dem auch sei. Später kommt noch Villa der Liebe und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und die Tage, kann ich auch schon sagen, werde ich streamen. Ich bin noch am Gucken, dass ich eine gewisse Konsole mit OBS und allem und so verknüpfe. Bin dann noch am Gucken. Ich hoffe, es funktioniert. Ähm... Kann ich noch nicht sagen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Kann ich noch nicht sagen. Ähm... Deswegen... Da muss ich noch nach Kabeln und umstecken und so schauen. Aber die Woche soll auf jeden Fall gestreamt werden. Ich sag mal Mittwoch oder Donnerstag. Soll dann wieder gestreamt werden. Nicht auf YouTube, sondern ich werde wirklich erstmal auf Twitch bleiben. Ähm... Ich komme mit YouTube nicht zurecht. Ich habe mir Tutorials angesehen. Ähm... Jedoch sieht das da irgendwie vollkommen anders aus, wie bei den Tutorials. Wenn ihr mir aber helfen könnt. Ähm... Weil bei YouTube gibt es ja diese neuen Funktionen mittlerweile. Und damit komme ich so gar nicht zurecht. Irgendwie so mit dem Vorbereiten. Meine Facecam wird dann nicht erkannt und so. Ähm... Verstehe ich noch nicht ganz. Muss ich zugeben. Wäre toll, wenn ihr mir helfen könnt. Auch wenn das hier das falsche Video dafür ist. Aber ist jetzt egal. So. Das nur so am Rande noch am Ende des Videos. So. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert dann auch die Glocke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hashtag Serieturm. Bleibt zuhause. Bleibt alle gesund. Und wir sehen uns dann später zu Villa der Liebe zurück. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen. Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und Tschüss.